Hallo, ich bin Stefano Celozzi, bin 20 Jahre alt und spiele seit dieser Saison beim KSC. Ich spiele auf der rechten Verteidigerposition oder im rechten Mittelfeld. Stärken sind meine Dynamik, die Schnelligkeit und ich glaube, ich laufe die Bälle nach hinten ganz gut ab. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Stellungsspiel und kann das Spiel sehr gut antreiben von hinten. Besondere Unterstützung bekommt Stefano von seinen Fans. Im Stadion sind sie seine größte Motivation. Das pusht einen dann auch, so wie letzte Woche, wo ich eingewechselt worden bin und dann höre ich die Fans, wenn die meinen Namen rufen, das gibt mir dann noch mehr Kraft. Also da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr dankbar dafür. KSC war auch meine erste Wahl, also ich bin sehr gern da hingegangen. Die haben mich in einem Regionalligaspiel gesehen und es ging eigentlich relativ zügig. Ich habe mich dann eingeladen, wir hatten hier ein sehr gutes Gespräch in Karlsruhe. Ich denke, dass ein gewisses Potenzial bestimmt mit in die Wiege gelegt wird, aber man kann auch sehr, sehr viel lernen und man muss halt immer an sich glauben. Man muss immer sich die Stärken vor Augen führen, aber letztendlich kann man alles schaffen, finde ich, wenn man nur will. Am wichtigsten ist eigentlich, dass man einfach Spaß hat beim Fußballspielen, weil dann kommt das andere von alleine. Auch in seiner Freizeit ist der Jungstar sehr aktiv. Wir machen eigentlich normale Dinge, so wie andere Leute auch ins Kino gehen oder abends zusammen was essen. Ich stelle mich eigentlich nicht besonders auf Gegenspieler ein, mehr auf den Gegner, auf das Kollektiv, auf die Mannschaft. Gut, wenn halt dann so ein Spieler wie Ribéry kommt, dann ist das was anderes, dann stellt man sich schon ein, aber generell eher auf die Mannschaft. Also bei mir ist das ganz lustig, ich habe eigentlich auf meinem iPod so mehrere Videos oder so kurze Clips von Szenen von Cristiano Ronaldo oder Messi und da stimme ich mich ein bisschen ein auf das Spiel. Momentan ist natürlich das Ziel, den Klassenerhalt mit dem KSC zu schaffen und persönlich für mich natürlich möchte ich spielen, so oft wie möglich, um mich so gut wie möglich zu entwickeln und so ein kleiner Traum ist natürlich auch Nationalspieler zu werden. Bis zum nächsten Mal.